Ich hab's raus. So, jetzt erstmal kurz zurückgehen, wieder quafften. Man muss nämlich erstmal so... Quatsch. Stick, 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 stick. Und dann... BAM! Schon hat man's. Praktische Alternative. Also ich muss schon sagen, es ist so eine Evolution, wenn die kleinen Schwester mal lernen würden, einzuklopfen. Aber hey, das ist eine technische Unmöglichkeit, die noch irgendwann erlernt werden muss. Von Moses oder was weiß ich. Ich frag mich jetzt, ob die überhaupt... die hier Wasser brauchen. Achja, aber was ich weiß ist, dass ich nämlich auf jeden Fall so ein spezielles Werkzeug brauchen. Genau. Und dann kann ich noch eine Extrakiste machen. Das ist auch schillig. Sehr schillig. So. Hey. Okay. Jetzt das. Friss hier. Friss das. Okay, dich brauch ich jetzt sowieso nicht mehr. Yay. Zudem habe ich doch eben Samen gefunden. Muss ich erstmal gucken. Dann nehme ich doch mal raus, damit ich wenigstens schon mal anfangen kann, ein bisschen was zu machen hier. Achja. Ich muss das schon sagen. Hier. Das hat doch Atmosphäre. So. Achja. Erstmal abspeichern. So. Äh. Äh. Kerzen. Richtig. Und Fleisch. Das kann man auch noch gebrauchen. Also warum baue ich mich hier eigentlich rein? Das macht doch keinen Sinn. So. Alles klar. Ich habe hier ein paar Pilze immerhin. So. Alles klar. Das heißt jetzt wieder raus hier. Und eine richtige Höhle suchen. Die war doch hier irgendwo an der Ecke. Da kann ich mich noch entsinnen. Jo. So. 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 Das ist schön. Dann finden wir die jetzt erst mal. Uuuh. Wuuuh. Shit. 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 Wow. Also man muss sagen, das war knapp. Aber dass die gleich schon zu dritten kommen. Das ist doch krank. Jojo. Guten Tag, meine Herren. So. Fuck. Nein. Da hilft nur Rennen und Angreifen. Wow. Jetzt erst mal hier ein bisschen abdichten. Würde ich mal sagen, so als Vorsichtsmaßnahme. So, jetzt Holz... äh, Cola bauen. Da es nicht jetzt schon Nacht wird. So. Ja, ich schaue an die Zombies. Die kommen immer wieder. So. Ich kann auch ein bisschen Cobblestone gebrauchen. Das braucht man immer für die ersten Werkzeuge. Und ein bisschen Eisen wäre jetzt auch nicht schlecht, aber hey, da muss ich mich noch schon tiefer graben. Ein bisschen tiefer. So. So. Alles klar. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Da kann ich gleich mal ein paar... ...ne Leuchte hinmachen. Damit ich gleich das Territorium markieren kann. So. So. Erst mal ein bisschen hier oben weiter erkunden. Lillipads. Hey. Hey, hey. Sag mal, wie lustig. Bambus. Kann ich auch immerhin schon. Ein bisschen nehmen. Eine Axt. Muss ich mir auch noch gleich craften. Wenn es nicht schon wieder Tag wird. Äh, ich meine Nacht. Das ist... ...ne andere Höhle. Eine andere Höhle, eine andere Geschichte. Oh, Eisen. Das sieht doch mal verdammt interessant aus. Aber erst mal das Eisen abbauen. Weiß noch nicht warum, aber ich habe plötzlich Angst bekommen wegen dem Rauch von Flammen. Oh Gott, ich bin so ein Noob. Wenn jetzt bloß kein Wasser kommt, ey. Na klar, es hat mir noch gefehlt. Oh, schon klar, jetzt. Entlastet ihr ruhig Zeit beim Fliesenwasser. Wir haben ja alle genug davon. Von der Zeit. Ähm, na ja. Ah. So. Und jetzt erst mal wieder zurück. Ja, ist jetzt schon wieder Nacht. Ey, like mich doch. Ich will keine Preview. Nö. Habe ich das auszusehen runtergeladen, weil... Ich habe jetzt genug Material. Da habe ich jetzt mir natürlich nicht alles angehört. Aber hey, es passt doch. Und ja, jetzt kommen wieder die ganzen Viecher, um mich zu attackieren. Kannst mich mal. Kannst mich mal spenden. Kannst mich mal kreuzweisen. So. Hehehe. Uh, verteidigen. So. Ähm. Iron. Kohle. Auch paar... Strings. Ich will keine Strings haben. Nein, danke. So. Hm, Pfeile. Okay. Bisschen Rottenfleisch. Hä? Was ist das denn? Lol. Okay. Darf ich noch mehr? Cooked Pock Shop. Sowas kann ich da hinlegen. Okay. Okay. Dann hier noch ein bisschen Sand. Kabistung. Stellen wir uns mal ein paar Werkzeuge her. Sie hören ein Preview von Gamerfreie Welt. Du Preview. Willst du mich mal am Arsch kratzen? So. Du, 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 du. 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 Du willst mich mal am Arsch kraulen hier. Okay. Äh. Äh. Entweder bin ich blind oder die Samen sind einfach verschwunden. Naja. Das ist ein bisschen blöd. Dann muss man die wohl doch noch bewässern. Jo, kacke. Acquire Hardware. Harte Ware. Warte, soll ich mir eher jetzt ein Eimer? Ach, nö. Komm. Scheren. Eimer. Puh, schwer. Ich glaub ich mach mir doch ein Eimer bei. Wasser? Ist anscheinend doch wichtiger als ich dachte. Fick dich Gamer Freie Welten. Fick dich Gamer Freie Welten. So und damit beende ich das Let's Play hier fürs Erste. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Minecraft Version 1.1. Tschüss.